Der Drogenkonsum in Berlin nimmt zu, wie auch die Zahl der Drogentoten. Von Juli 2016 bis Juli 2017 verzeichnete das Landeskriminalamt 111 Drogentote, im gleichen Zeitraum 2015-2016 waren es 94. Die meisten Toten wurden in Mitte aufgefunden 29. Es folgen Neukölln 12 von Friedrichshain-Kreuzberg 11.Todesursache Nummer 1 ist Heroin mit 57 Fällen, gefolgt von Kokain 44 und Christelmess 10. Im Vorjahreszeitraum gab es nur einen Christelmiss-Toten. Von der Partydroge stellte die Polizei neue Höchstmengen von bis einem Kilo im Monat sicher. Diese Zahlen fasst der neue Drogenreport des Bezirksamts Neukölln zusammen, der diese Woche erscheint. Erstmals werden darin auch die Bezirke und die Fälle von in Krankenhäuser eingelieferten Abhängigen miteinander verglichen. Wird seit fast die wichtigsten Ergebnisse zusammen. Heroin trauriger Spitzenreiter bei vollstationären Klinikfällen ist Neukölln 105,5 Fälle je 100.000 Einwohner. Gefolgt von Mitte 45,7 und Friedrichshain-Kreuzberg 39,9. Cannabis-Reinigendorf führt die Liste mit 27,3 Klinikfällen je 100.000 Einwohner an. Es folgen Mitte 25,7 und Lichtenberg 24,8. Alkohol bei akuten Vergiftungen der 15- bis 19-Jährigen liegt Steglitz-Zehlendorf vorn 264 Fälle je 100.000 Einwohner. Danach Charlottenburg-Wilmersdorf 244, Spandau 233. Bei den Erwachsenen gab es die meisten Betroffenen mit Klinik auf enthalten in Mitte 104,4. Der zunehmende Drogenhandel und Konsum zeigt sich durch immer mehr Spritzenfunde auf Spiel- und Parkplätzen, in Hausfluren und grünen Anlagen. Neuköllns Jugendstadtrat, Falko-Licke 44, CDU, zieht Konsequenzen. An Standorten mit hohem Drogenkonsum wurden sechs spezielle Abfalleimer montiert. Sie haben einen Metallcylinder für Spritzbestecke. Der Einwurf ist so konstruiert, dass keine Hände, auch nicht die von Kindern, hineingreifen können. Licke fordert für seinen Bezirk eine Sonderermittlungsgruppe Opium. Licke zur Bezirk Berlinweit hat mein Bezirk den höchsten Anteil an Heroin-Patienten. So will ich das nicht. Einfach laufen lassen. Noch mehr News aus Berlin.